Hä? Annika, alles okay? Ich glaub, die werden hier alle schon bekloppt. Mit solchen Leuten, wie ich nix zu tun haben. Oh, äh, hier, Leo, äh, der macht aber ein bisschen Stress, find ich. Oh. Einen flutschen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft TTT auf dem Minecraft.net-Server. Und ich hab mich gefreut, als ich gesehen hab, dass hier grad Leute TTT spielen. Ich hab sogar ne Karotte. Das bedeutet ja, laut der Legende, ich bin der Coolste der Runde. Weizenkörner steht für Loser. So, hier, bisschen die Kisten. Wir müssen damit keiner sie kriegt. Ahaha, ist ja lustig. So, wie viel sind wir denn? Äh, ein, zwei, drei, vier, Innocence. Ja, komm, ich geh mal. Wehe, du kickst mich runter. Ich weiß nicht, war hier, wo der Knopf ist. Das hat sich gefühlt an wie ne Ewigkeit. Okay. Also, Mr. Speedy ist, denk ich mal, schon mal nicht. Ja. Also, ich würd's ja noch auffälliger machen. Am besten springst du einfach von der Klippe runter. Was ich jetzt überhaupt nicht mit, äh, bedacht habe. Wenn ich jetzt Traitor werde, dann bin ich ja allein wie der Typ grad eben. Wir sind ja nicht mehr Leute. Können schwierig werden, aber wir sind auch nicht so viel zum Glück. Also, es ist machbar. Oh, die sind sogar im selben Clan. Gut, dann werde ich euch mal hier... Ja, komm, halt, Abstand. Anderthalb Meter. You know. Mist. Detective. Ey, na, hör mal. Frech, frech. Hier, drückt mal. Äh, Speedy oder Anika? Okay. Speedy ist, Speedy ist. Ja. Okay, GG. Er hat wahrscheinlich überhaupt nicht gecheckt, warum wir ihn jetzt angegriffen haben. Aber ich bin ja auch nicht umsonst der beste Detektiv auf meintriff.net. Okay, hier ist schon mal ein Knöpfchen. Das merke ich mir gegenüber vom Tester. Okay. Kann man hier rein? Ich glaube, da gibt es nicht so viel, außer nasse Klamotten zu holen. Doch, hier kann ich ja rein. Hier war ich ja noch nie drin. Moment mal, ich wusste erst mal das Eisenschwert holen. Wo war das denn? Das ist da hinten. Nein, der Detektiv holt sich's. Doch nicht. Er hat sich's geholt, oder? Ja, er hat sich's geholt. Mist. Hä? Anika? Alles okay? Ich glaube, die werden hier alle schon bekloppt. Mit solchen Leuten, wie ich nix zu tun habe. Oh, äh, hier. Leo. Äh, der macht aber ein bisschen Stress, finde ich. Oh. Mist. Hä? Achso, ich dachte gerade, Anika wäre auch nicht. Alter, wenn ihr euch jetzt gegeneinander gekloppt hättet als Innocence. Ne, ich wär aus. Ich hab jetzt mal zum ersten Mal einen Traitor-Pass eingelöst, da ich dann nicht auf... Moment, wenn zwei Leute jetzt einen Pass eingelöst haben, sind wir dann zu zwei? Das wär eigentlich geil. Ah, das wär schon schick, aber ich glaube, ich werd alleine. Aber da ist schon mal der Vorteil, dass ich hier oben bin. Und die geringe Verdiener da unten, Kappa, ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Aber, denke mal, das krieg ich auch hin. Die sind nur zu zweit. Jetzt sind sie zu dritt. Okay. Da ist noch Leo. Wo ist denn jetzt Anika hin? Haben die hier... Doch, die haben Labimod, aber kein Voice-Chat. Was ist denn das, hä? Ey, na hör mal. Mist. Nein, ich hab mein Schwert nicht in der Hand. Ach, komm. Ey, das waren jetzt auch viel zu viele auf einmal. Also, hier hat man's schon echt nicht leicht allein. Du wirst jetzt weitergeleitet in die Lobby. Super, vielen Dank. So, einmal Traitor muss ich noch spielen. Einmal Traitor muss ich noch spielen. Ich muss... Einmal will ich gewinnen. Ich will die auseinanderfetzen. Lol. Ach, äh, ach, hier bin ich. Ich dachte grad schon, ich bin out of map. So krass, wie ich bin. Aber leider doch nicht. Da unten bei den Wagen sind, glaube ich, ein paar Kisten für mich. Und eine noch schönere. Ich glaube, hier hinten war die, oder? Ja, die nehm ich doch. Da sneak ich mich ran. Oh, ich sag grad, hier steht jemand. Zack. Jetzt brauche ich nur noch. Ja, schön. Hier. Und dann kann's auch losgehen. Okay. Der Typ, der wirkt mir nicht ganz... Hä, greift ihr den an? Okay, jetzt sind wir hier zu... Das ist ein bisschen komisch hier. Mann, wie soll ich das denn machen? Wo ist denn hier überhaupt ein Knopf? Hä? Hinterher? Wo ist denn hier ein Knopf? Oh. Hier geht's ja runter. Ist ja witzig. Da sneak ich mich mal weg. Oh, jetzt ist hier einer tot. Habt ihr super gemacht. Bisschen Arbeit abnehmen könnt ihr mir schon. Ich hätt jetzt gern gewusst, wo der Knopf für den... Für die Traitor-Falle wär. So, während ihr euch noch paar mal abballertet, weil ich mich mal aus dem Staub hier... Die rennen mir aber auch so hinterher, als ob sie wüsst, dass ich mich hier lang begehen würde. Begeben würde. Ich kann nie Deutsch, wenn ich aufnehme. Aber naja, ist ja egal. Ist halt hippige Jugendsprache. Okay, Leo. Dann komm mal runter. Jo, das ist doch nicht euer Ernst. Wollt ihr mich verarschen? Annika. Na komm. Komm, 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 komm. Oh, mein, meine Güte. Ich dachte, jetzt tut mich Annika wegfetzen. Glück gehabt. Aber mal ganz im Ernst. Also, der Detective... Wenn ich sehe, dass da jemand von unten den Lowground ausnutzt, dann gehe ich doch da nicht nochmal extra rein. Hä? Also, das checke ich jetzt nicht wirklich. So, ähm, ich werde meinen Detective Pass nutzen und dann nochmal starten. Weil wenn ich jetzt noch einen Traitor Pass nutze, ich glaube, das fällt dann ein bisschen ins Gewicht von deren Meinung. Wenn ich jetzt plötzlich ganz viel Traitor werde. Was ist denn das? Future. Ach so, doch. Die habe ich schon mal gespielt. Das können wir machen. Was sollen wir nur tun? Was können wir machen? Auf dem Kopf stehen und lachen. Äh. Wo ist denn? Ach, hier ist es ja. Ich habe selbst ein Video dazu gemacht, wo wir in der Chessenzelle und ich habe immer noch keine Ahnung. Frag mich nicht, wie das geht. Bin halt einfach Rentner Alzheimer. Ich habe keine Ahnung, wo der Tester ist. Von daher. Na, Leo. Was wird denn das hier? Ich komme nicht hoch. Na, Leo. Sag mal, Leo. Was wird denn das hier? Das war ganz schön frech von dir, Leo. Na, nein, Leo. Leo, Lausemaus. Und in einem Mausehaus. Nee, das ging anders. Nein! Hä? Anni, hä? Äh. Junge. Hat der schon an sich gut gemacht. Aber warum jetzt Annika ist und er jetzt einfach den Arm Speedy hier umbringt? Ich weiß es nicht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Ansonsten sehen wir uns bei einem neuen Video. Haut rein und ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.